Hallo mein lieber Stier, das ist dein Tarot für Juni 2023. Wir haben hier ein paar sehr, sehr schöne Karten für dich. Auch wenn deine Karte der Hierophant nicht dabei ist, so haben wir doch ein wunderschönes Sammelsurium an Karten für dich für diesen Monat. Und zwar hat es gleich angefangen mit dem König der Kelche. Entweder du hast so eine Person um dich herum oder du bist selbst so eine. Dieser König der Kelche, das könnte ein männliches Wesen sein, und dieses Wesen ist jemand, der sehr gute Heilerkräfte hat. Das sind meistens so Leute in Heilberufen, wie zum Beispiel Akupunkturmeister oder Reiki-Meister oder vielleicht auch ganz normaler Krankenpfleger, was auch immer, vielleicht Masseur. Also das sind oft so Leute, die eben in heilenden Berufen sind, wo sie anderen helfen. Und dieser Mensch ist sehr gut im Kontakt zu seinen Gefühlen. Man sieht hier, er ist in der Nähe des Wassers und sein Herzzentrum ist erleuchtet. Man sieht hier auch so schön die Strahlen weggehen. Der Mensch, der ruht in sich, der hat diese Kraft der inneren Ruhe, der meditiert vielleicht auch sehr viel. Und das ist jemand, den man wirklich, falls man Heilung braucht, anrufen kann. Das ist jemand, der für dich da ist, wenn du ihn brauchst. Zum Beispiel kann das auch dein Psychotherapeut oder wer auch immer kann das auch repräsentieren. Das ist auf jeden Fall eine Person, die eben sehr gute Heilereigenschaften hat. Kann auch dein Partner sein. Also das ist wirklich jemand, den du in deiner Nähe haben möchtest. Das ist jemand sehr angenehmer. Jemand, der dir weiterhilft auch. Du hast generell Leute um dich, die eben für dich die besten Menschen sind. Das ist die richtige Umgebung für dich. Falls du diese Leute noch nicht gefunden hast, ist jetzt im Juni ein guter Monat, wo du sie vielleicht findest. Das ist deine Seelenfamilie. Und falls du das Gefühl hast, ja, in meiner tatsächlichen, physischen Blutsfamilie bin ich sehr, sehr gut aufgehoben, dann ist es eben das. Und falls du sagst, nein, meine Blutsfamilie ist es nicht, dann können es sein, deine Freunde, deine Verwandten, dass du die als deine Familie siehst. Oder dass du eine bestimmte religiöse Gruppe, in die du immer gehst oder eine spirituelle Gruppe, in die du immer gehst, dass du die als deine Seelenfamilie wahrnimmst. Dazu können übrigens auch Tiere gehören zu deiner Seelenfamilie, ja. Und hier gibt es Leute, die eben dich sozusagen auffangen im Notfall, falls irgendetwas passiert und die zu deiner Heilung auch beitragen können, falls du diese benötigst. Das Ass der Stäbe ist eine Karte der kreativen, guten Ideen. Das heißt, falls du kreative Ideen brauchst, hast du davon im Juni mehr ist genug. Hier kommen Eingebungen von oben, ja. Und wir haben jetzt schon mehrfach diese Symbolik, dass die Augen geschlossen sind. Ich hoffe, du siehst das auch hier, ja. Dieser König der Kelche, der hat auch die Augen geschlossen. Das heißt, du empfängst Information, ohne dass du eigentlich hinschauen musst. Du siehst die Dinge oder du spürst die Dinge schon, wenn du den Raum betrittst. Du hast noch niemanden sprechen gehört, aber du weißt genau, was für eine Emotion in der Luft liegt, ja. Sobald du den Raum betrittst, kannst du den Raum schon lesen. Du musst nicht einmal deine Augen aufmachen oder irgendjemanden sprechen hören. Du weißt schon, was los ist, ja. Und das ist eine sehr gute Eigenschaft. Kreativität wird richtig schön aufflammen. Das heißt, falls du nach kreativen Ideen suchst für deine künstlerische Arbeit, ist der Juni ein sehr, sehr guter Monat dafür. Ich sehe auch, dass du langsam und Schritt für Schritt Geld ansparst oder Geld aufbaust für später. Diese Karte hier, der Ritter der Münzen, ist jemand, der sehr langsam Stück für Stück Geld sozusagen bringt. Also Geld kommt sehr langsam rein, aber dafür geht es auch langsam raus. Und für die Dauer, für die späteren Generationen, vielleicht sparst du ja Geld für deine Kinder, für deine Enkelkinder. Vielleicht sparst du für ein Patenkind. Für die späteren Generationen wirst du hier eine schöne, einen Polster schaffen, auf dem spätere Generationen sich eben noch ausruhen können. Vielleicht bist du dabei, ein Business aufzubauen, das deine Kindeskinder noch ernähren wird. Und es wird gut funktionieren, denn das, die Zehn der Münzen, ist die Karte der finanziellen Fülle. Diese finanzielle Fülle kommt zu dir nach einer Zeit der sehr großen Entbehrungen. Also es ist auch sehr verbunden gewesen mit harter Arbeit. Man hat ja hier schwer zu schleppen, ja, aber dieser lange, lange harte Weg, der ist jetzt vorbei. Jetzt ist die Zeit, wo du diese schwere Last endlich absetzen kannst und wo du dich wieder leicht, fröhlich und glücklich fühlst, was man hier auch ganz deutlich am Knight of Wands, also am Ritter der Stäbe sieht. Der geht Hand in Hand mit dieser Ace of Wands. Das heißt, hier ist ein Neubeginn. Die Asse stehen oft für einen Neubeginn, was deine Kreativität und deine Tätigkeit anbelangt. Vielleicht lernst du ein neues Hobby, lernst tanzen, lernst eine Sprache. Vielleicht gehst du sogar auf Reisen. Das haben wir hier nämlich im Chariot drinnen. Aber hier haben wir auf jeden Fall, dass du nach deiner eigenen Pfeife tanzt und dass du das sehr, sehr angenehm empfindest. Hier eben die Karte für Reisen. Das heißt, vielleicht ziehst du um oder du bereist die Welt. Vielleicht machst du eine Auslandsreise. Vielleicht ziehst du auch um in eine andere Stadt für die Arbeit. Das ist alles möglich. Mit dieser Kartenkombination, du hast hier eine Karte des Sieges. Das ist die Siegeszugskarte schlechthin. Du hast hier die Möglichkeit, alles, was du dir wünschst, auch tatsächlich zu erschaffen und umzusetzen. Und es gibt dir auch wieder ein Gefühl der Kontrolle. Das heißt, falls du das Gefühl vorher hattest, es stagniert etwas in deinem Leben, so hast du jetzt im Juni wieder das Gefühl, die Dinge kommen wieder ins Rollen. Ja, von den Sternzeichen her, was haben wir hier? Wir haben einmal den Chariot. Der würde dafür sprechen, dass ein Krebs in deiner Umgebung ist. Und auch hier mit dem König der Kelche spricht dafür, dass entweder ein Krebs oder Skorpion oder Fisch in deiner Gegend ist. Warum? Weil dieser König der Kelche eben nun mal für die Wasserzeichen steht. Ja, wir haben hier auch sehr viel Feuer mit den Stäben und wir haben die Münzen hier. Das heißt, Erde ist auch dabei. Das einzige Zeichen, das hier interessanterweise nicht vorkommt, sind die Luftzeichen. Ja, das ist wirklich spannend. Also wir haben Erde, Feuer, Wasser, aber interessanterweise keine Luft. Sehr, sehr spannend. Ich werde jetzt noch eine Karte für dich ziehen. Mal schauen, was da für dich kommt. Eine positive Affirmation für den Stier, bitte im Juni. Ja, wir haben sie schon. Und zwar, my missteps do not define me, my successes do. Das bedeutet, da, wo ich einen Fehltritt hatte, der definiert mich nicht. Sondern das, was mich als Mensch definiert, sind meine Erfolge. Ja, zähl die guten Stunden nur, würde ich mal sagen. So macht es auch die Sonnenuhr. Hier ist das sozusagen dein Motto für diesen neuen Monat. Und ich hoffe, dass du einen wunderschönen Juni hast und dass du ein Like unter dieses Video gibst, dass du mir vielleicht in den Comments verrätst, wie dir dieses Video gefallen hat und ob das für dich auch irgendwo resoniert hat. Und ich wünsche dir einen schönen Monat, Juni. Tschüss, Baba. Tschüss.